...von der Versicherung einen Pader bekommt. Und, ähm, es ist immer so geil. Also wenn der Deutsche kommt, muss ich nie Fragen stellen. Der Deutsche sagt mir direkt schon, wann, was, wo. Alles perfekt. Das läuft wirklich so ab. Ich so, ja, schönen guten Tag, Herr Müller. Nehmen Sie Platz. Was ist denn vorgefallen? Ja, am 15.07.2017 um ca. 14.36 Uhr befand ich mich auf der W27. Selbstverständlich habe ich die Höchstgeschwindigkeit nicht überschritten. Ja, vom Wetter her war es leicht bewölkt, aber auch regnerisch. Ja, und, ähm, auf einmal überquerte ein kleiner Fuchs die Fahrbahn von links nach rechts. Ja, den habe ich leider angedotzt. Somit entstand ein VU, in Klammern Verkehrsunfall mit Sachschaden. Deswegen bin ich hier. Und ich so, ja, ist ja gut. Ich so, einmal hier unterschreiben. Bei den Deutschen keine Gegenfragen. Alles perfekt. Jetzt passt auf. Albanischer Taxifahrer vor zwei Wochen. Oh mein Gott. Der kommt rein. Ich so, Herr Krasici, kommen Sie rein. Der so, boah, Herr Akkabasch, wie geht's? Erstmal direkt die Hand gegeben, duzen, okay. Ich so, schießen Sie mal los. Herr Krasici, ich hab nichts geschossen auf dir. Ich schwöre dir. Ich so, ich soll mir einfach los. Ich so, ich soll mir einfach los. Ich so, ich soll, ich soll mich über das.